Hey, Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Burning Skies, beim letzten Mal. Ach, mit mir, Let's Battle of the Bad. Beim letzten Mal. Äh, hab ich, keine Ahnung mehr, was wir genau gemacht haben. Ah, stimmt, das Feld haben wir gebaut, glaub ich, und automatisiert. Das läuft inzwischen recht gut. Äh, in der Zwischenzeit hab ich gecraftet für eine gute Weile. Und ein bisschen umgefüllt und umgerüstet und gemacht und getan. Ich sind schon wieder 96, ich hab immer erst 32 Stacks oder sowas rumgeschleppt. Bevor ich die nächsten Crafting Steps gemacht hab. Ja, es sind immer noch 28 da. Oh, die haben gut umgerüstet und aufgerüstet und Zeug gemacht. Propos, ich muss mal diesen ganzen Junk hier. Äh, darüber tun, halt. Ah, ich krieg nicht alles rein, ups, das ist doof. Ich muss nämlich irgendwo im Moment mal Platz schaffen, ich brauch nämlich demnächst meine Golden Chest. Äh, für einen, für einen Übergang zumindest. Damit ich nicht wahnsinnig viele kleine Chests haben muss. So, äh, bitte hierhin zurück. Und der Rest bitte noch mitkommen. Naja, ich wusste doch, dass ich irgendwo das Leid dumm platziert hatte. Jetzt schiebe ich auch nochmal hier rein. Okay, was ich gecraftet hab, ist der erste Schritt für ein paar Sachen. Ich hab, äh, 18 Pulverizer gecraftet. 4, äh, 6 Jungle Seafs, 6 Vacuum Hoppers, äh, 9 Autonomous Activators. Hier haben wir erst die Hälfte von. Wir brauchen noch deutlich mehr. Äh, ein Induction Smelter. Ein Pulverizer. Ein Fluid Transposer und Magma Crucible. Und ich habe hier ein bisschen umgerüstet, dass wir, äh, erstens keine Lava mehr hernehmen, weil wir die nicht brauchen. Das funktioniert super gut und im Moment produzieren wir über. Das heißt, solange das passt, werde ich mich da nicht drum kümmern. Dann hab ich zwischendurch mal hier, äh, weil ich vergessen hab, dass wir Diamanten und sowas, äh, noch zwei Stacks, äh, zwei Blocks hatten, anders hergestellt. Und dann hab ich noch mehr Seelensand herstellen lassen. Das werden wir nämlich in Kürze überall brauchen. Jep, ich wollte nur damit, dass man das sieht, das hier bauen. Ja, wir haben langsam genug Nether Quartz für eine Weile. Und hier haben wir langsam auch genügend andere Materialien. Die Sachen hier laufen einfach nur einfach so. Okay. Jetzt heißt's, ähm, die Sachen bauen, die ich bauen will. Ach ja, dafür hab ich, ich hatte diese Plattform hier gebaut. Oh Gott, okay. Äh, das ist natürlich jetzt doof. Muss ich eine neue Plattform bauen. Dann werde ich so lange nochmal die Sachen weglagern. Ganz einfach, weil ich sie sonst verlieren könnte, wenn ich mich blöd anstelle. Die restlichen Sachen sind nicht so wichtig. Die kann ich hier leicht nachcraften. Ähm, ich brauche Blocks von dem Zeug. Ich hab die doch eben noch gehabt. Da hatte ich die auch irgendwo Dummes hingelegt. Äh, keine Ahnung. Ah, hier sind auch nochmal fünf. Emerald und sowas, okay. Egal. Bin mir gar nicht sicher, ob ich nochmal zwischendurch gestorben bin oder nicht. Gibt's eigentlich irgendwelche Quests? Oh ja, natürlich den hier wieder. Äh, ja. Danke. So. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich irgendwas Großartiges gemacht hab. Nö, ich hab einfach nur vorbereitet. Genau, weil wir jetzt eine ganze Zeit damit beschäftigt sein werden sonst. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun. Das wird die Höhe sein. Und dann brauchen wir da jede Menge Sachen. Warum hab ich die Sachen eben weggelagert? Ich brauch die Plattform überhaupt nicht für das, was ich im Moment vorhabe. Und hab ich den jetzt auf Obsidian umgeschaltet? Nein, hab ich auch nicht. Das kommt mit. Obsidian, bitte. Ich brauch nämlich gleich, äh, einen Schwung davon. Wir werden nämlich jetzt richtig schön aufrüsten. Dafür brauch ich allerdings, wie ich gesagt habe, ein paar Sachen. Äh, äh, Induction Smelter, Pulverizer. Genau. Und dann brauch ich noch einen Magma Crucible und Fluid Transposer. Ähm, Magma Crucible, Fluid Transposer. Okay. Magma Crucible, Output nach da. Du hast einen Input von links und füllst Sachen. Du hast keinen Input, ein Output, das ist alles nach rechts. Und du hast einen Output von links. Gut, sehr gut. Jetzt muss ich noch, ähm, jetzt hab ich die Pipes weggelagert. Ähm, zwei Stück. Das muss ausreichen. Wir werden nicht mehr lange auf Faden sein. Wir werden, ich bin jetzt für den nächsten Schritt, müssen wir auf Redstone aufrüsten. Bei, wie gesagt, ich will 18 Pulverizer anschließen. 18 mal 50. Ja, äh, da merkt man, dass es geht etwas über die 400. 10 mal 50 wären 500. Also haben wir 18 mal, äh, 40 ist 720. Okay. 720er F pro Tick werden wir brauchen allein für das Ding. Und ich hab übrigens, äh, das hier rüber bewegt. Bis jetzt auch noch nicht angeschlossen. Das wird dann ziemlich bald sein. Der Fall sein, so bald wie möglich. Okay, ich hoffe, dass die, äh, demnächst noch mal ein bisschen mehr Emerald und Diamanten uns produzieren. Ähm, gut. Was brauche ich? Ich brauche mal Redstone ein bisschen. Sehr gut. Wie viel Redstone haben wir noch, äh, in dem Ding? Äh, ein Block, das reicht. Okay. Pulverizer, Induction, Smelter, Magma Crucible, genau. Du bekommst deine zwei Blocks auf Redstone, bitte. Und schmilzt sie ein. Das ist das, was ich hier haben will. Und du bekommst, äh, Moment, ich brauche Rezepte. Ich will Harden Glas herstellen. Harden Glas. Dafür brauche ich, äh, Led und Obsidian Dust. Wo wir Obsidian Dust herbekommen? Hm, interessante Frage. Ich kann euch das leider nicht erklären. Ahem, ahem. Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Äh, nö. Ähm, ich hab gesagt, Led, Led. Gut, Led sollten wir auch in einer guten Menge hier verfügbar haben. Acht mal neun geht ein bisschen drüber. Das heißt, ich werde die acht zusätzlichen einlagern. Immer noch nicht hier hin, sondern hier hin. So, und dann werden wir mal ein Stack von den Dingern her, äh, zwei Stacks von dem Ding, von dem Zeug herstellen. Nehme ich schon mal die Obsidian her, die ich hab. Schmeiß die Obsidian in den Pulverizer. Und das led in den Induction Smelter. So, destabilized Redstone. Haben wir schon mal 900 Millibuckets. Äh, wir brauchen nämlich Redstone Energy Conduits. Redstone Energy Conduits, die hier, die brauchen Elektrum. Elektrum hab ich, glaub ich, auch nicht. Das heißt, ich brauch auch nochmal, ähm, Gold und Silber. Gut, das wird spaßig. Ähm, oder hab ich noch Elektrum? Nein, ich glaub, ich hab nix mehr davon da. Na gut, ich werd das, äh, Elektrum dann, ähm, Gold und Silber. Dann stellen wir das doch in dem, in das Smeltery noch her. Dafür lebt die ja noch. Das mal kurz deaktivieren. Und dann, sobald das geschmolzen ist, können wir uns drum kümmern. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Loks mit Material hin, welches uns da runterfallen. Und dann werden hier unsere Produktionsplantagen her hinkommen. Dafür bräuch ich halt Conduits. Und Conduits brauchen noch eine Weile. Ähm, Elektrum wird noch ein bisschen dauern, bis wir es haben. Ja, das ist keine sonderlich schnelle Variante, um an die Sachen zu kommen. Aber man muss halt irgendwo anfangen mit. Wow, der hat nochmal 15 neue Produzionen derzeit. Die Zeit verfliegt ja immer die ganze Zeit so. So, wir haben jetzt 8 Minuten. Und wir haben jetzt im Grunde nur die Sachen aufgestellt, die ich bereitgestellt hab. Und noch nicht mal alle. Also man kann sich gut vorstellen, wie viel Zeit ich verplempert hab, die Sachen herzustellen. Werde ich hier nochmal reinschauen. 8 neue von den Stacks. Das geht so schnell. Ich bin ständig am Auffüllen, aber ich brauch die Erde später. Natürlich ist das eine sehr ineffektive Variante, das zu machen. Wir werden das später natürlich etwas optimieren, soweit wir AI ordentlich einbauen. Da muss ich auch nicht mehr überall rumlaufen, an der ich die Sachen automatisiert hab. Nur, ich wollte jetzt erstmal anfangen, ähm, damit, dass ich, ähm, Dings mach, wie viel haben wir hier noch drin? Hier wollte ich sagen, ähm, 800. Das heißt, ich schmelz noch ins Meer ein. So. Na, 4, 8, weil der immer 2 Stück braucht, denke ich. Äh, ich hab extra gesagt, dass ich das Setup für Dust später noch weiterlaufen lassen werde. Naja, Lace Powder und Zertus Quartz. Von dem Zeug haben wir tonnenweise. Stimmt, ich sollte theoretisch schon weit ein Setup mehr haben für... Nö, passt, passt. Ich hab genug da. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie sieht's mit unserem Elektrum aus, bitte? Ist das geschmolzen inzwischen? Jep, 126 ging jetzt. Das sollte genügen. Und dann können wir demnächst anfangen, die Sachen zu füllen. Und wir haben einen Schlaf. Sehr angenehm. Ich hab inzwischen noch, glaub ich, relativ... Äh, ich hab, glaub ich... Ja. Da hab ich nie geschaut, dass keine Gegner drauf spawnen können. Und dann würde ich fast sagen, wir schlafen durch die Nacht. Ich muss irgendwann die Köpfe mal abbauen und ordentlich hin... Wir werden ziemlich bald, soweit wir das AI-System fertig aufgebaut haben, so dass es selbst-sustaining ist. Das heißt, ja. Das werden wir ziemlich bald haben. Und sobald wir das haben, sag ich, ähm... Werden wir uns um das Folgende kümmern. Äh, ja. Wenn wir anfangen mit Thorncraft und so. Das sind so die nächsten Ziele. Hier könnte ich theoretisch mit Sand... Äh, nee, mit Dust Clay herstellen. Aber ich brauche im Moment kein Lehm. Ich muss das natürlich dann irgendwann mal einbinden und so. Boah. Uhuhu. Wird das langsam? Ähm, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Hm. 48 Stück. Ja. Oh, hier ist, äh... Hier fehlt eine Fackel. 2, 1, 0. Ich will wissen, ob ich das Balance drin habe oder nicht. Ja, habe ich. Okay. Äh, das dürfte wahrscheinlich dann auch erstmal für eine Weile ausreichen. Und zwar Cobblestone, bitte. Weil wir im Moment auch nicht genug Lava haben. Äh, heh, heh. Wir produzieren zwar ordentlich, aber so viel dann doch wieder nicht. Dafür wollte ich irgendwann den Lava-Fabricator haben. Bing. Und ab jetzt wird wieder Cobblestone produziert. Damit dürfte unser... Äh, unser Mangel, den wir im Moment haben, wieder aufgefüllt werden. So. 52 von denen. Kombinieren wir mit Elektron. Und dann können wir endlich loslegen. Nein, da müssen wir das noch füllen. Heh, heh. Das ist ja auch noch die andere Sache. Nicht die Hälfte weglassen, Okta. Und ich brauche hier auch mal ein Crafting Station. Es nervt mich ständig hin und her laufen zu müssen. Das hier und das hier. Okay. Damit haben wir eine gute Menge. Wir werden nicht so viel auffüllen können. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Fühe erstmal den Stack rein. Die anderen werde ich so lange weglagern. Im AI-System lagern. Würde ich gern. Aber kann ich im Moment noch nicht. Ja, dafür fehlen mir noch die Materialien. Komm, schneller Gold. Äh, ob es hier... Ja. Gold. Nö. Ich könnte nochmal zwei Stück hier herstellen. Sehr schön. Das wird doch langsam... Hier sind wir wieder Out of Zeug. Ich werde hier nicht noch mehr Zeug reinschmeißen. Das sind zwei der Setups, die wir haben werden. Später wird es so wahrscheinlich laufen, dass wir einen unten drunter haben und zwei nebeneinander. Das gleiche bei dem hier. Und dann werden wir fünf von denen nebeneinander... Äh, drei von denen nebeneinander haben. Nein, sechs von denen nebeneinander. Mit zwei Berke im Hoppen. Ich habe ursprünglich gedacht, ich mache so ein Setup für jede... Äh, äh, und die Einzelnen und habe dann überlegt, zusammen Cluster und Sparte mit Materialien. So, wie sieht es aus? 13 Stück haben wir nur füllen können. Weil man 200 Millibuckets pro Stück braucht. Das ist so viel. Gut, dann tun wir nochmal einen Redstone-Block einschmelzen, bitte. Äh, ein Block macht ungefähr zwölf... Nö, zwei Blöcke machen sechs Stück. Nein, sieben Stück. Nein. Ah, lass mich einfach rechnen, dann sehe ich es ja gleich. 18. Genauso viele, wie ich brauche. So, jetzt fangen wir doch mal an, die Dinger zu verlegen. Und zwar... Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann kommen hier zwei hin. Und dann eins, zwei, drei. So, und noch ein weiterer Einser. Und da kommen jetzt die ganzen Pulverizer drauf. Scharf, immer aus dem Weg, danke. Und dann muss ich natürlich das auch noch anschließen. Das heißt, ich werde noch mehr Conduits brauchen. Aber dafür fehlt mir im Moment noch der Redstone. Und dann kann ich den nämlich mit dem anderen kombinieren. Und dann wird das wehren. So, was wollte ich haben? Ach, hier die Pulverizer. Die Pulverizer. Oh, hat das lange gedauert, diese Dinger zu craften. Das machen wir am besten rückwärts. Eins, zwei, drei. Dam, dam. Dam, dam. Bam, bam. Die werden ziemlich alle gleich aufgesetzt. Es gibt genau zwei verschiedene Layouts. Für das Ding. Und zwar Input vom Top, Output rechts. Input vom Top. Halt, es gibt mehr als die. Input Top, Output rechts. Input Top, Output rechts. Halt, nicht korrekt. Moment, ja. Da hier. Hier. Da. Hier. Da. Ich habe den auch mal droht, oder? Gut. Das dauert eine Weile. Und den gelben Output werden sie dann nach oben bekommen. Halt, ich werde nicht das machen, sondern das hier. Ja, ich muss denen allen Output von rechts, äh, von hier geben. Sonst, äh, sonst sind diese. Ah, ja. So. Gut. Damit passt das schon mal. Gut. Input links, Output rechts. Input links, Output rechts. Input links, Output rechts. Input links. Gelb hier. Rot da. Links. Rechts. Oben. Links. Rechts. Oben. Andersrum. So. Damit ich, ah, okay. Und die natürlich wieder Input, Output. Input, Output. Und Input, Output. Gut. Was kommt auf die Seite? Naja, das ist relativ einfach zu erklären. Ich werde hier ein bisschen Plattform drumherum bauen. Einfach, dass ich laufen kann, ohne runterzufallen. Bin ja froh, dass ich schon mal die Dinger platziert habe. Damit passiert nicht mehr so viel. Natürlich sehe ich, wo ich Sachen noch umändern muss. Und zwar darf dann hier eins, zwei, drei. Und dann natürlich durchgezogen. Ups. Ich muss ja noch ein bisschen weiter gehen. Ich werde es zu dieser Insel hier verbinden. Wo man sich daran erinnert, dass wir in irgendeiner Episode mal die Sachen gemacht haben, äh, ein paar Sachen abgetragen haben. Das ist auch inzwischen eine ganze Weile her. Und dahin. Und noch meine Fackel. Okay. Theoretisch könnte ich, äh, ja. Ja, ich könnte hier theoretisch auch was hinbauen. Mache ich auch. Brauche ich nochmal ein paar mehr Bricks. Ja, Stone Bricks, Stone Bricks. Danke. Danke, habe ich gesagt. Irgendwann muss ich das Ding auch neu aufsetzen. Dass ich Dauer produziere und nicht mehr nur zeitweise. Und dann werden, äh, oben drüber. Also, wir werden einen Cobblestone-Produzenten noch brauchen. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Also, wir werden noch einen Ignuous Extruder brauchen. Der einfach die Dinger mit Cobblestone füllt. Äh, und mit einem wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich denke, eins für drei etwa. Das heißt, wir werden nochmal drei von denen brauchen. Habe ich einen Stift und ein Blatt Papier da? So. Blatt Papier habe ich. 3X. gegen Extr. So. Sonst vergesse ich die Sachen, wenn ich die herstelle. Äh, dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Äh, 18 von den, ähm, wie heißen die Dinger? Interfaces. M-I-Interface. M-I-Interface. Genau. Weil ich eins für jedes Dings brauche. Und dann brauche ich, ähm, nö, das mache ich mit Dat. Ja. Genau, weil es kommt einfach jeweils eins an jeden Mace Rater. Bei denen drauf, bei denen an die Seite. Und dann werden wir Export-Buster brauchen. Und zwar, ähm, 6 Stück. 6 Export-Bus. 6 times Precision Export-Bus. Nein, Export-Bus. Export-Bus. Dann brauchen wir, ähm, weil die, die Dinger, ich muss sie irgendwie füllen. Diese Setups. Das heißt, ach ja, ich habe gesagt, ich brauche noch mehr. Ich habe im Moment 9. 9 ist die Hälfte. Ich brauche halt nochmal 9 plus 6 Stück. Äh, 15 weitere, äh, 15 times, ähm, Autonomous Activator. Auto-Act. Damit ich, ähm, eins für die, also eins für, äh, zwei Gravel, zwei Sand, zwei, äh, Dust. Das will ich immer als Setup haben. Ich habe letzt, bei meinen Multiplatings habe ich zwei von diesen Sets immer für jede Stufe. Hat aber festgestellt, dass es nicht ausgerechnet hat. Ähm, dann brauche ich, ähm, ein Precision, nein, äh, zwei Precision Export-Bus. Drei Precision Export-Bus. 3x Track das Import-Export-Export. Genau. Warum drei? Naja, ich habe, äh, neun verschiedene Materialien. Und die Sachen müssen, ähm, ja, wenn man sich erinnert, es sind neun verschiedene Sachen hier drin, Broken Iron und so weiter. Die müssen, äh, gecraftet werden. Dafür brauche ich dann das Crafting Setup. Das kommt dann als nächstes. Ich denke, damit werden wir gleich anfangen. Damit werde ich das nämlich nicht mal aufschreiben. Das ist, ähm, For the Hoarding ist das, glaube ich, auch das Nächste. Digital Storage, genau. Man braucht die ME Assembler, Codex, Heat Vance Provider und Crafting CPUs. Da, äh, und damit werde ich das machen. Dann brauche ich natürlich tonnenweise von den Pattern. Ähm, 27 Stück. Das heißt, ich mache einfach mal 32 Pattern. Die sollten ja kein Ding sein, weil wir die, äh, Sachen produzieren großteils. Genau, das heißt, wir könnten mal anfangen mit den Sachen. Okay, ich brauche ein Containment, AME Containment. AME Containment. Ach, äh, Assembler. Genau, Assembler Containment Wall. Gold, Eisen und Zertus Quartz. Super billig eigentlich. Wenn man das sich das mal so überlegt. Ähm, wie viel brauche ich von denen? Ich brauche mindestens, wie viele Karten hat der Würfel? Acht. Nein, zwölf. Vier, acht, zwölf. Ja. Zwölf, sechzehn. Sechzehn brauche ich mindestens. Oder, Moment, wir machen, machen wir mal ein, äh, ja, ich habe Cubblestone da. Und ich habe die Bricks da. Ich werde wahrscheinlich dann, äh, da ich die hier habe, werde ich das ganze Zeit aber ein bisschen nach hinten verlegen. Gut, ich will einen viermal, ich habe hier auch überhaupt keinen Platz dafür. Das Zeug brauche ich nicht mehr. Das war eine Idee. die ich allerdings nicht durchführen muss. Ich muss das mal da rein. Okay, und das werde ich dann umplatzieren. Wir werden es nicht mehr lang brauchen. Ich werde nämlich auch nochmal ein Crafting Monitor. Drafting Monitor. Drafting Monitor. Ja, egal wie. Damit, damit haben wir auch, sollten wir dann genügend, äh, Cables haben, für den Anfang. Okay. Ach ja, Containment, äh, genau. Dann habe ich hier den Platz. Eins, zwei, drei, vier. Genau, ich will ein, das hier. Schmarrn. Ich brauche ein drittes Material. Ich brauche Holz. Okay, das sind meine Heat Vans. Äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Von denen. Halt, was mache ich mit? Ah ja, ich habe gesagt, meine Containment Walls. Äh, ey, ich Idiot. Das ist relativ einfach. Ich will so ein System hier haben. Dann kann ich die nämlich einfach abzählen. Das ist einfach nur ein Dummy jetzt für den Augenblick. Dass wir einfach wissen, wie es aussieht. Ich werde die dann off-camera umtauschen. So, und dann kommen wir, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da haben wir einfach nur Platz für die verschiedenen Sachen. So, du machst mal meine Fackel hin, dass ich Platz für dieses Zeug habe. Und dann, ähm, ich habe jetzt wie viel? Vier, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sepzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einhundert, zwanzig, drehen, vierundzwirft, sechs, zwanzig. Siebundzwanzig, achtzehn, neunundzwanzig, dreißig, einweißig, zwohundreißig. Ah, ein halber Stack, okay. Und dann werde ich natürlich mal fucking hier drauf platzieren. So wird das später aussehen mit dem Containment, äh, mit dem ME-Dings, Kirchens. Werdes dann wahrscheinlich hier irgendwie verbinden. Brauche ich ein paar ME-Cable, aber das passt dann schon. So, ich habe gesagt, einen halben Stack von dem Zeug, okay. Das heißt, ich brauche mal kurz ME, das Zeug, das dürfte, in dieser Kiste sein. Das ist mal Flint, ich habe genug. Äh, Zertus Quartz. Zertus Quartz kommt nicht davon. Äh, nicht Zertus, ja doch, Zertus Quartz kommt von Sand. Autsch, dann könnte es problematisch werden. Ja, welch, ja, er kommt, glaube ich, von Sand, oder? Ja. Sand, Grummel, das heißt, ich muss eine Zeit lang Sand, äh, durch die Mühle hauen. Okay. Das wird spaßig. Gravel zu Sand, mach das mal weg und mach das mal zu einem roten, bitte. Und dann muss ich in diese Kiste ran. Ah ja, natürlich. Ähm, was will ich, genau, wo will ich den Sand machen? Das ist jetzt die Frage. Obwohl, ich baue einfach schnell nochmal so ein Setup. Ich habe das hier, das hier, das hier. Und dann baue ich nochmal eine Kiste schnell. Ja, ich werde dann zwischen den Episoden das nächste zurück vorbereiten. Wir haben nämlich nicht mehr ewig Zeit. Warum überrascht mich das nicht, dass ihr, obwohl ich so viel vorbereitet habe, kaum was geschafft haben? Keine Ahnung. So, eins, zwei, drei, dem hier, alle auf das hier. Du gehst auf Low. Das hier, das hier. Siehf dahin. Sand, äh, Sand kommt als zweites. Dann kommt hier das hin, das dahin. Einmal, äh, hier hin? Nein. Äh, nicht hier hin. Dahin? Ja. Und Sand da rein, bitte. Und ab jetzt haben wir schon mal einen einfachen Sandproduzenten. Das heißt, wir sollten in Kürze, vorausgesetzt, es droppt auch irgendwann mal irgendwas. Ups. Genau, die Sachen bekommen. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Oh, wir sind out of gravel. Ja, passt aber auch. Wir haben auch keinen Platz mehr dafür. So, okay. Gut, das heißt, ich muss warten, bis wir hier genügend Zertusboards rausbekommen. Dann würde ich sagen, werden wir so lang mal, äh, Pattern-Encoder. Pattern-Encoder. Ein Crafting-Table, eine Matrix. Okay, der Crafting-Table ist einfach. Eine Matrix und Eisen. Okay, Conversion-Matrix ist noch mehr von dem Zertusboards und Dust-Zeug. Ähm. Zwei Fluix Dust. Habe ich noch Fluix Dust? Das ist die Frage. Ah, ich produziere, äh, die Sachen bekomme ich, glaube ich. Nein, Zertus, ich vergesse wieder alles. Deshalb mache ich die Sachen am besten außerhalb der Parts und konzentriere mich dann drauf, währenddessen die Sachen richtig zu machen. So, eins von denen, einen Golden von den Dingern, die habe ich noch rumliegen. Das weiß ich, da habe ich nämlich mal einen Schwung von hergestellt. Liegen immer noch in einem Ofen hier. Dann frage ich mich, habe ich noch Fluix Dust? Äh, ich brauche nicht nachsuchen, ich kann einfach hier draufklicken. Raw Plastic, Dusts und Redstone. Den Laden werde ich wohl keins mehr haben, wenn ich nicht so viel Redstone hatte. Das hier, das hier, ähm, Ich hatte den Pulverizer übrigens für einen Grund gebaut. Nur mal, äh, als Kleinigkeit. Wir brauchen die, wir werden das nämlich noch oft brauchen. Und dann brauche ich Plastik nochmal schnell. So, du tust es mal da rein. Da haben wir noch neun weitere bekommen. Brauche ich mal ein, das, äh, ähm, Plastik. Plastik müsste hier drin, demnächst hier drin sein, aber ich glaube, ich habe so lange noch eins hier. Jetzt muss ich da noch drauf warten. Ja, also ich denke, ich werde das wirklich zwischen den Episoden machen, sonst werdet ihr wahnsinnig, mich die ganze Zeit beim Craften hin und her laufen zu sehen. Ich erinnere mich an den Let's Play Together, da habe ich nix anderes gemacht als gecraftet. Wenn der andere nie irgendwas gemacht hat, äh, als irgendwelche Sachen zu buddeln für mich. War spaßig für beide Seiten. Das ist nun irgendwann nicht mehr ganz aufgegangen, weswegen, was weiß ich, ich glaube, ich habe da ein Problem oder sowas. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie Probleme gehabt, Sachen zu rendern eine Zeit lang und, ach, was weiß ich. Das ist jetzt so angenehm mit der Dings. Okay. Ach ja, ähm, ich habe gesagt, ich brauche eine Conversion Matrix. Ich brauche da vier Eisen. Das hier, das hier, das hier. das hier und das Eisen dazu. So. MI Pattern Encoder. Du, 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 du. Dann kommen natürlich die Blank Pattern und sowas. Das werden wir mal hier in die Nähe von diesem Pattern-Dings schieben, weil das eine der Sachen ist, die wir sehr oft brauchen werden. Gut. Damit würde ich dann sagen, wir haben es für diese Episode. Wir haben jetzt ordentlich was geschafft. Ich würde, wie gesagt, nach den Zwischenepisoden schauen, dass ich dieses Ding hier vorbereitet bekomme. Was ich an Rezepten brauche, dafür brauche ich die Containment Walls. Ihr habt schon gesehen, was man braucht. Heatvent. Wenn ich tippen könnte, ist es einfach zu dunkel hier in dem Raum. Wir brauchen Iron Bass, Eisen und Emi Cable. Emi Cable wissen wir, wie man macht. Pattern Provider brauche ich da natürlich noch. Pattern Provider. Ich werde vier Stück herstellen. Storage Matrix haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann gehabt. Und dann brauche ich ein CPU. Nö, ich werde sogar sechs von denen machen. Und dann brauche ich zwei von denen. Computer, Glowstone, ein At-Once-Processor ist einfach so zu machen. Weil kein Buildcraft installiert ist. Mit Buildcraft hätte man die auch noch anders herstellen können, mit Lasern und so. Ich werde es inzwischen natürlich nicht mehr verhungern, weil ich glaube, ich habe noch einen kompletten Stack von dem Zeug hier, von den Fruit Salads im Crafting Table hier hinten. Und ja, wir haben inzwischen schon acht neue Stacks von dem Zeug. Das wird spaßig. Sludge Boiler. Ja, da muss ich irgendwann mal was mit machen. Und ich werde ziemlich sicher, schon wieder 24 Stacks von dem Zeug. Demnächst anfangen. Oh ja, wir brauchen, hey, wir verbrauchen tatsächlich inzwischen wegen den Jungle Sepplings diese Mülltonne. Oh. Ich will das verklagern. Jetzt gibt es Lags. Ich muss auch schauen, ob ich das nicht irgendwann auf den Server raushau. Ich habe keine Dings dabei. Keine Junkloader. Oh, die Chicken Chunks. Junkloader sind so extrem verschwenderisch an Ressourcen. Man muss die MFA nehmen, die sind so teuer an Energie im Moment. Können wir die uns nicht leisten. Ja, ich will meinen, will nämlich hier Sand hauptsächlich siften für die, also ich brauche Diamanten und Emerald durch das, von Gravel. Ich brauche hier den Zertusquartz. Stimmt, haben wir inzwischen mal ein bisschen was von dem Zeug produziert. Sand, einen guten Schwung, okay. Naja, so einen guten Schwung ist es auch wieder nicht. Die droppen ab und zu das Yellow Ride nicht zu oft, aber man bekommt es dann doch immer wieder und das brauchen wir für den Big Reactor, damit werden wir nämlich später unsere Basis poweren. So, noch irgendwas, was ich dringend vergessen habe? Nö, nicht direkt. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen bis zum nächsten Mal diese Dinger oder ich mache die Sachen fertig. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich das Ding hier schon mal wieder abbauen und dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen mit den Zeilen, die ich aufgeschrieben habe, die ich brauche. Es wird spaßig. Okay, ja, passt schon. nochmal sortieren. Eins hier rein, zwei da rein. Irgendwann werden wir hier genügend haben. Also da, ich denke, ja, wie viel habe ich gesagt? 900, das sind 320, sind, ich bräuchte drei von diesen Redstone Flux Generatoren da. Was heißt, ich werde auch, ja, das heißt, ich werde das auch bauen. Ich werde drei von den Heated Redstone Generatoren bauen. 3x, 3x, hier, tritt, ers, gen. so drei Stück brauche ich allein für das Zeug und dann wird der hier hauptsächlich das Standardsystem machen ich werde jedenfalls alle mit dem gleichen Magma Crucible füllen, das macht es mir nämlich dann einfacher, heißt natürlich dass ich, wenn ich vier Stück damit fülle ja es wird spaßig so, und wie viel haben wir? 18 Stück sehr schön naja, also wir sehen uns hier Leute und bye bye bis in morgen vier Stunden fünf Stunden, sechs Stunden ne, so lange dauert es nicht also dann, see you Leute, bye bye